hallo willkommen zu einem neuen video in eigener sache und zwar geht es diesmal darum dass der gesetzliche richter dr marcus bühler am amtsgericht ulm also der richter der für meine vier kinder zuständig ist unsere älteste tochter in suizid gedanken getrieben hat ich erzähle darüber gleich noch die details zunächst wie immer erstmal der überblick zu unserer sache und zwar wird mir vorgeworfen dass ich unsere kinder manipulieren würde und ja nicht gar nicht bei beiden eltern leben wollen und deshalb hat man ja uns aufgezwungen dass die kinder nur zwei stunden alle zwei wochen mich sehen dürfen zumindest die drei die jetzt noch bei der mutter leben die älteste tochter die um dies heute geht die suizid gedanken hatte wegen des familienrichters dr marcus bühler in ulm diese älteste tochter ist ja seit mai 2009 sind bei mir die ist geflohen bei der mutter und wenn ich euch jetzt erzähle wieso sie geflohen ist und dass sie schon vor über zwei jahren mal geflohen ist dann wird ihr verstehen was da passiert und zwar war das ganze so im im april 2017 ist die älteste tochter die damals neun jahre alt war hat sich entschieden bei mir zu leben und hat dann nach ich glaube ein zwei wochen diese bei mir gelebt hat habe ich mal mit ihr gesprochen habe gesagt du wenn irgendwas ist es dir irgendwie schlecht geht irgendwas bei deiner mama ist oder war dann erzählt es mir ich habe ein offenes ohr für dich und dann meine die alte älteste damals neunjährige tochter zu mir papa was meinst du und dann sage ich ja einfach wenn jemand da was macht was wo du denkst es ist nicht gut für dich hat sie gesagt es ist schon passiert habe ich gesagt was ist passiert und dann hat sie erzählt dass im märz 2017 also so ein eineinhalb Monate bevor sie zu mir geflohen ist sie die oma mütterlicherseits ins gesicht geschlagen hat als die älteste tochter nämlich die da sich im wohnzimmer bei der mutter befand wo auch diese oma war als sie da klar gemacht hat dass sie bei mir auch leben will ja dass ihr bei mir gefällt dass sie dann von ihrer oma also die mutter ihrer mutter so ins gesicht geschlagen worden dass sie starke schmerzen hatte und weinen muss und auf ihr zimmer geflohen ist und das hat mir also die älteste tochter die damals neun war erzählt so mitte april 2017 und wir hatten dann also sie hat dann bei mir gelebt und wir hatten dann ende mai 2017 eine verhandlung und der richter wusste alles mein damaliger anwalt hat dem geschrieben was auch meine älteste tochter mir erzählt hat hat also über die gewalt der oma berichtet die körperliche gewalt nur das hat den richter überhaupt nicht interessiert den herrn doktor markus bühler den wir hier auf seiner website sehen der herr doktor markus bühler hat nämlich die damals neunjährige älteste tochter von mir wieder zur mutter zurück geschickt und ich habe das dann der ältesten tochter nach der gerichtsverhandlung erzählt und die ist weinen zusammengebrochen und ist ungefähr 15 bis 20 minuten auf dem boden gelegen und hat gerufen ich will nicht zurück ich will nicht zurück ich will nicht zu meiner mama zurück ich will nicht zurück und das war sehr bestürzend diese situation sie hat sich dann danach beruhigt hat noch bei der mutter angerufen hat gesagt sie will bei mir bleiben die mutter hat dann gesagt dass sie zurück muss zur mutter und als ich dann die damals neunjährige älteste tochter am gleichen tag ins bett brachte hat sie dann im bett liegen zu mir gesagt papa wolltest du auch schon mal nicht mehr leben und da bin ich dann natürlich sehr hellhörig geworden und ich habe sie dann beruhigt und habe dann am nächsten tag sie zur schule gebracht da war sie noch in der grundschule in munterkingen im schulverbund dort und habe dann mit der sozialarbeiterin dort geredet die hat gemeint dass ich zur kjp ulm also der kinder jugend psychologie und psychiatrie gehen soll um das abklären zu lassen dann habe ich also die tochter die hat dann die sozialarbeiterin aus der klasse geholt dann sind wir da mit dem zug damals hingefahren nach ulm und die mutter war dann auch dort und dann saßen wir da zusammen mit dem psychologen das war der herr matthias domhardt wenn ich mich richtig erinnere da hat dann gespräch mit mir geführt und danach mit der tochter und die hat im grunde dasselbe erzählt wie ich dass sie von der oma mütterlicherseits ins gesicht geschlagen wurde dass das gericht gesagt hat sie soll zurück zur mutter und dass sie aber eigentlich im wechselmodell also halbe halbe bei beiden eltern leben will und sie hat auch gesagt dass sie mich gefragt hat ob ich denn auch schon mal nicht leben wollte und der psychologe hat dann eben das konnte ich dann den akten entnehmen die ich später dann zugeschickt bekommen hat festgestellt dass sie suizidgedanken hatte und dieser psychologe der herr matthias domhardt hat uns dann empfohlen dass wir sofort zum jugendamt gehen und diese entscheidung des herrn doktor marcus bühler rückgängig machen ich habe dann dem psychologen noch erzählt dass die älteste doch da gar nicht gefragt wurde vom richter und hat er gemeint das war falsch und ich weiß heute damals wusste ich das nicht dass der herr doktor marcus bühler sie hätte anhören müssen da wäre er dazu verpflichtet gewesen und auf jeden fall hat dann meine ex-frau damals nicht zugestimmt dass wir zum jugendamt gehen und ich bin dann mit der tochter zurück nach hause wo sie noch gelebt hat und muss sie dann das war damals in den pfingstferien dann zurück zur mutter geben ich konnte sie so weit psychisch stabilisieren und ihr wieder kraft auch vermitteln dass sie es dann bei der mutter hinbekommen hat also keine suizidgedanken mehr bekommen hat aber wie ihr alle wisst ist sie dann ziemlich genau zwei jahre später schlussendlich wieder zu mir geflohen und ist dann bei mir geblieben es geht ihr prima hier sie hat noch nie suizidgedanken gehabt hier bei mir dass sie weit weit weg davon sie ist aufgeblüht sie lebt hier selbstbestimmt ist eine starke persönlichkeit und der herr doktor marcus bühler hat also damals vor nun über zwei jahren zu verantworten dass er meine damals nonjährige tochter wieder zurück zur mutter geschickt hat die deshalb suizidgedanken bekam und sie zwei jahre später endlich wieder den mut fasste zu mir zu gehen und dann auch wirklich vor gericht ganz klar gestellt hat sie will bei mir bleiben und auch dem gericht erzählt hat was alles in diesen zweieinhalb jahren auch noch bei der mutter war warum der herr doktor marcus bühler trotz dieses wissens von 2017 und auch der schriftlichen klaren feststellung des psychologen dass die älteste tochter bei beiden eltern leben will weiterhin sie bei der mutter belassen hat ist mir ein rätsel was er da psychologisch an druck und auch an gewalt zu verantworten hat die die mutter und ihr umfeld danach ja weiterhin verübt haben das muss noch ermittelt werden ich hoffe dass da mal ein gericht sich anschaut was der herr doktor marcus bühler da im namen des kindeswohls entschieden hat was meiner ansicht nach eine kindeswohlgefährdung war danke fürs zuschauen und wenn du über alle neuen videos benachrichtigt werden willst dann abonniere unseren kanal den freifarm kanal auf youtube aktiviere die glocke damit du auch über jedes neue video erfährst und falls du selber einen fall hast über den wir berichten sollen dann schreib an info at freifarm.de und wir freuen uns über jede spende damit wir über noch mehr fälle berichten können im abspann gibt es dann den link der beschreibt wie ihr spenden könnt nochmal danke fürs zuschauen und tschüss wir sehen uns beim nächsten video im been im im Vielen Dank.